Achtung! Dieser neue Schnappschuss von Sofia Tomala ist verboten heiß. So viel sei gesagt, nackte Tatsachen kommen hier definitiv nicht zu kurz. Darüber freut sich nicht jeder. Manche Fans sind von den aufreizenden Fotos schockiert, aber dazu gleich mehr. Ihre Bombenfigur stellt die 30-Jährige gerne zur Schau. Ob im knappen Bikini oder bauchfrei, hier kommt jeder auf seine Kosten. Dass die Schauspielerin einfach ihr Ding durchzieht und auch keine Probleme hat anzuecken, stellt sie dabei immer wieder unter Beweis. Bestes Beispiel dafür ist ihr neustes Instagram-Exponat. Darauf posiert sie mit hochgezogenem T-Shirt und heißem Leo-Höschen. Und das dürfte nicht knapper sein. Grund genug für manche Fans, ihren Unmut zu äußern. Negative Kommentare wie Höschen zu knapp oder Ich kaufe dir mal ordentliche Schlüpper, rangieren als Kontrastprogramm unter den zahlreichen Lobliedern für ihren wohlgeformten Körper. Sophia lässt die Kritik kalt. Ganz im Gegenteil, sie provoziert gerne, wie sie uns auf der IKUS-Eröffnung im Oktober 2019 in Frankfurt erzählt. Zu sagen, darf man das jetzt mit 30 noch, das mache ich eigentlich nur wieder, um die Leute zu ärgern. Wenn es dann wieder drei Uschis gibt, die dann sagen, was, nein, jetzt hat man das erst recht und muss ich mich jetzt schlecht fühlen. Gibt ja immer diese very thin-skinned Leute auf Instagram und die habe ich Bock zu piesacken. Aber die sind es auch schon so gewohnt mittlerweile von mir und so, dass sie gar nicht mehr richtig drauf anreagieren. Ich muss mir da mal so eine andere Masche ausdenken, glaube ich. Ja, mit einer gesunden Prise Humor ist das Leben doch gleich um einiges leichter. Und leidenschaftliche Fotos wie dieses versüßen es obendrein.